Wir sind zurück und ihr macht den EAT QUICK ODER CRASH EAT QUICK ODER CRASH EATMAN, QUICKMAN, CRASHMAN Ähm... Mh... Mh... Wir waren CRASHMAN Einer der coolsten Roboter-Master überhaupt für dich Oh je... Das war ein scheiß Level Oh ja, oh ja Oh Gott Huh Das ist ein... Ich mag solche Levels Das ist ja rotieren und was auch immer die darstellen So... Gut, 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 gut Zwei Bäume geschafft und schon ist... METHOLS METHOLS Einfach... Oh Gott Oh Gott Oh Gott, 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 Gott Oh, wir gucken gleich mal in einen... Ruhigen Raum in dem nichts passiert... Was eigentlich... Nummer 2 und... 3 sind. Machen wir die immer mit. Ja, das muss man immer hinwarten. Nicht so schön. Schön. Schön, schön, schön. Ich bin bewusst, dass die Maut an erscheint, wenn ich es nicht brauchen kann. Ah, gut. Manchmal hat man so das Gefühl, die Machen gehen irgendwo an einen gewissen Punkt. So ein bisschen die Ideen aus. Weil dann wird eine Idee genommen und auf fünf Räume ausgeweitet und immer schlimmer und länger und nerviger und überhaupt und nicht runterfallen und da, wir sind schon fertig. So, wir haben mal einen Raum Ruhe. Gut. Nummer zwei. Nummer drei. Ah, okay. Das ist also sowas wie später der Raststrecke Nummer drei. Ach, genau. Das Ding muss sich an der Wand feststellen. Und dann... Naja. Gut. Das sollten wir uns merken. Das heißt, wir können extrem nervige Passagen überfliegen. Und wir kommen an die höher geliebene Stelle, indem wir uns selber eine Plattform hier sitzen. Was ist das für ein Raum? Ein Kodoschackraum. Ein Mithoul an einer beschissenen Stelle. Aber wenn er mich trifft? Weicht doch. Bestimmt. Nicht runter. Okay, gut. Gut, 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 gut. Wir lassen uns auf jeden Wigel treffen. Links, rechts, links, rechts. Wir sind schon rechts. Immer rechts hoch. Nein, nein, nein. Vögel. Vögel, Vögel, Vögel. Okay, wir bleiben aber rechts. Boah, ist das nervig. Naja, schneller, schneller, schneller. Ich hab's gewusst. Und das war knapp. Was ist da drin? Nur Energie? Brauchen wir nicht. Ö. Super gemacht, da ist die... Das war der richtige Weg und da ist ein Energietank. Wollen wir den Energietank? Ja, wir wollen den Energietank. Jetzt haben wir zwei Energietanks. So. Ha. Ha. Wir sind so gut. Boah, das ist ein guter Weg. Ja, da oben ist ein Leben. Mein Leben! Ujo. Hm, schön, die verschwinden. Oh, aua. Aua. Die Wechten sind alle so kurz und leicht und überhaupt und... Äh, Clashman, wir nehmen mal Hermanns Waffe. Hallo Clashman. Ja. Zwei Treffer. Zwei Treffer. Zwei Treffer. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Jetzt haben wir die Crashbombe, das heißt wir können jetzt solche... hier... hier... Dinger in den Wänden, Löcher und Türen. Wir können diese Dinger aufschießen. Ja, jetzt haben wir nur noch Heatman und Quickman. Optimal. Und dann geht's ab zu Dr. Bybee. Euer Rasti. Bis zum nächsten Mal.